Moin Leute, seit meinem Video von letzter Woche, wo ich halt versucht habe, euch zu erklären, warum ich mit dem Weiterbetrieb dieses Kanals hier echt so große Probleme habe, es sind echt hauptsächlich einfach zeitliche und mit der Familie und so, sind für mich jetzt einige Wochen vergangen. Das erste Video war eine Aufzeichnung und die wurde jetzt quasi später gesendet, einfach damit ich die Zeit und die Emotionen von damals zum damaligen Zeitpunkt bestmöglich wiedergeben konnte. Ich habe mich in dieser Zeit mit sehr vielen Menschen unterhalten und auch mit meiner Familie gesprochen natürlich und wahnsinnig viel nachgedacht, aber auch ganz viel mit den Kindern gespielt und das war eigentlich eine total schöne Zeit, die mir auch wirklich nochmal so Kraft gegeben hat und auch nochmal ein bisschen Mut. Ja, und einfach dieses ganze Negative ist jetzt nochmal so ein bisschen weggegangen. Ja, und all die Freunde, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben mir nochmal ganz viele neue Wege aufgezeigt und auch gute und realistische Ideen, also realistisch ist mir in dem Fall besonders wichtig, wie es vielleicht doch funktionieren kann. Die haben aber auch aufgezeigt, dass dieser Kanal es wirklich wert ist, weiter betrieben zu werden, besonders durch all die Menschen, die ihm einfach zu dem gemacht haben, was er heute ist, denn das hier ist nicht alleine mein Werk. Also es wäre völlig vermessen zu sagen, dass das hier alles mein Werk ist, das ist auf keinen Fall. Ja, was bietet der Kanal oder warum denke ich, dass es halt irgendwie doch Sinn macht? Ein Ding und ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, er bietet Jobs in der Wissenschaftskommunikation und in dem Bereich gibt es leider echt wenig Jobs und vor allem wenige, glaube ich, wo man auch viel Gehör bekommt. Ja, und er bietet natürlich gut recherchierte Infos, direkt von der Kuh vom Wissenschaftler, sorry, aber auch einfach eine ganz tolle Community, also ihr, die eine Sache wirklich richtig, richtig geil macht und das ist auch so im Forum bei uns besonders toll, sie macht einfach. Ja, also ihr baut, ihr macht, also ihr labert einfach nicht rum, sondern ihr kreiert, ihr seid kreativ und ihr meckert relativ wenig. Klar geht es immer ein bisschen, aber insgesamt, also jetzt schon alle so eher Macher und das finde ich geil, also das macht wirklich Spaß, weil hier passiert was. Ja, wir labern uns nicht alle tot, sondern wir bauen dann einfach eine scheiß PV-Anlage aufs Dach und dann läuft die Kiste und das gefällt mir wirklich gut. Also dieser Spirit, den muss ich zugeben, den würde ich schon sehr vermissen. Aber insbesondere die Ideen meiner Freunde haben mir hier doch viel Hoffnung gegeben, dass es vielleicht doch noch einen Weg gibt, das Ganze hier zu schaffen und zwar ohne, dass ich und meine Familie so stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Und diesen Plan und meine Entscheidungen, die ich da getroffen habe, die jetzt die letzten Wochen halt so passiert sind, die stelle ich euch heute vor und ich hoffe wirklich von Herzen, dass es klappt. Ich kann es nicht versprechen. Am Ende werde ich es davon abhängig machen, ob das halt mit meiner Familie besser wird oder nicht. Also das ist am Ende das Maß der Dinge und das kann nur ich entscheiden und meine Familie. Ich möchte euch aber auch trotzdem noch, und das halte ich auch für sehr wichtig, transparente Einblicke in die Kanalfinanzierung geben. Also was kommt rein, was geht raus und warum ist das alles so schwierig, warum rede ich da so viel drüber? Ich will euch das nochmal ganz klar machen, damit ihr das wirklich verstehen könnt. Denn das habt ihr als Community, die mich auch wirklich so krass unterstützt hat, einfach verdient. Ja, also das finde ich total wichtig. Zudem haben viele von euch gefragt, warum ich zum Beispiel nicht zu Funk gehe. Und ihr werdet euch wundern, aber ich war schon da. Also ich war sogar mit jemandem da und wir waren in Mainz und dazu wird es auch ein paar Worte geben und vielleicht sogar demnächst noch ein ganzes Statement-Video. Denn die Erfahrung war sehr durchwachsen. Also es waren positive Dinge dabei, aber auch ein paar Sachen, die ich nicht so gut fand und wo ich denke, da könnten die auch wirklich vielleicht nochmal ein bisschen besser werden einfach. Okay, ich erkläre es euch. Was haben wir entschieden oder was habe ich entschieden? Ja, es sind vier Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, das ist quasi das Grundproblem. Das heißt, ich habe ja aktuell quasi zwei Jobs und muss mich eigentlich jetzt irgendwie dazwischen auch entscheiden, da ich mir und auch vor allem meiner Familie das so, wie es jetzt läuft, nicht mehr zumuten möchte. Und meine erste Entscheidung ist, dass ich als Wissenschaftler nicht aufhören werde. Dafür macht mir das einfach viel Spaß und wenn man mich fragt, als was ich mich selber identifizieren würde, dann würde ich halt immer ganz klar Wissenschaftler sagen und nicht YouTuber. Und YouTube ist mir aber auch wichtig, aber ohne, dass ich Wissenschaftler bin und bleibe, hat das irgendwie keinen Wert mehr für mich. Denn ich hätte auch Angst, den Anschluss zu verlieren. Die regelmäßige Arbeit in der Wissenschaft ist indirekt auch für den Kanal, glaube ich, sehr wichtig. Und da ich einfach jeden Tag immer wieder unfassbar viel lerne, aber auch, weil ich den direkten wissenschaftlichen Kontakt zu den anderen Kollegen schätze und ich glaube, dass der auch sehr, sehr wichtig ist irgendwie. Allerdings arbeite ich aktuell reduziert und wollte das jetzt erstmal ein bisschen so beibehalten und mal schauen. Also zu 40 Prozent arbeite ich im Moment nur noch. Entscheidung zwei. Ja, die zweite Entscheidung. Ich möchte meinem Team aus Wissenschaftlern und meinem Kater Manuel, der mich halt mega lange einfach schon begleitet und den ich auch wirklich einfach als Freund bezeichnen würde. Ja, auch das Team, welches sich jetzt vor einigen Monaten eigentlich erst gebildet hat, das möchte ich jetzt nicht so einfach im Stich lassen. Deswegen werde ich den Kanal jetzt erstmal aufs nächste Level bringen und das für sechs Monate testen. Konkret bedeutet das, dass ich das Team vergrößern werde. Ja, wir haben schon bereits neun Mitarbeiter und zwar Moritz. Er ist halt im Bereich IT und Elektronik hat er studiert, ist ein Master. Und genau, ich spreche aber auch noch mit zwei weiteren Wissenschaftlerinnen. Das ist einmal eine promovierte Atomphysikerin und ebenfalls eine promovierte leitende Wissenschaftlerin im Bereich der Photovoltaik-Forschung. Also die beiden haben so richtig drauf und ich hoffe, dass die beiden mit am Start sind, zumindest irgendwie ein bisschen halt oder mal hin und wieder, das wäre auch schon geil. Das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, ein unfassbarer Zugewinn. Und ich hätte mir, glaube ich, in meiner Jugend niemals vorstellen können, dass ich überhaupt jemals selber in die Wissenschaft gehe oder irgendwie Wissenschaftler werde und noch weniger, dass ich mit so krassen Leuten zusammenarbeite. Das war damals einfach so unfassbar weit weg, da mein Background nicht unbedingt der eines Akademikers war. Ja, eher so das Gegenteil, würde ich sogar sagen. Und umso krasser finde ich es, was für mega Leute mit mir arbeiten wollen auch einfach. Also ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass viele auch schlauer sind als ich oder hier und da auch was mehr drauf haben. Ist auch scheißegal, wie dem auch sei. Hier wird schon irgendwie, ja, so ein kleiner Traum für mich war auch. Das muss man schon sagen. Aber ihr merkt auch schon, durch die stärkere Einbindung von verschiedensten Wissenschaftlern wird es hier auch wieder mehr Science-Themen geben. Besonders mit Fokus auf Photovoltaik, Energie, Akkus und die DIY-Themen werden natürlich trotzdem noch kommen, die auch bei mir hier im Haus einfach passieren. Und auch Experimente mit meinem Lieblingsprof Martin Hundhausen, die bleiben natürlich absoluter Kernbestandteil des Kanals. Und das wird sich auch überhaupt nicht ändern. Und das werde ich auch natürlich alles wieder selber machen, weil mir das auch einfach mega Spaß macht. Aber die Science-Themen, wie zum Beispiel das Wasserstoffvideo oder auch das mit den Stromnetzen, das wir hatten, die sind oftmals so komplex, dass man einem wirklich Wochen bis Monate braucht für die Recherche. Und Leute, die einfach selber wissenschaftlich arbeiten und aus der Praxis wissen, was das bedeutet und da halt entsprechend recherchieren können. Ich habe hier nochmal wissenschaftliches Arbeiten kurz erklärt. Das könnt ihr euch durchlesen, wenn es euch interessiert. Ich finde es eigentlich ziemlich spannend immer. Die dritte Entscheidung. Naja, bisher habe ich mein kleines Team ja aus euren Spenden und auch aus den YouTube-Einnahmen bezahlt. Und das ist wirklich nicht so einfach. Und ich erkläre euch gleich im nächsten Kapitel nochmal genau im Detail, warum. Also da werde ich euch nochmal die Finanzen ganz genau erklären. Aber hier mal eine kleine Kostprobe. Das ist euer finanzieller Support des letzten Jahres. Ihr seht hier den krassen Peak im September. Das war halt nach diesem Video, was ich da irgendwie gemacht habe. Und dabei habe ich einfach nur offen gezeigt, dass ich den Kanal, so wie ich selbst mache, kaum noch finanzieren kann. Und dass es ohne euren Support einfach nicht mehr geht. Und das Video war mega krass. Also wahnsinnig erfolgreich auch. Denn es ist irgendwie sogar auf Platz zwei der YouTube Deutschland Charge gelandet. Und ja, damit war es mir dann tatsächlich durch euren Support, das fand ich halt unglaublich krass, einfach möglich, überhaupt ein Team aufzubauen. Also vorher wäre das gar nicht denkbar gewesen. Und das Forum und alles, was da dranhängt, konnte ich trotzdem weiterhin werbefrei halten. Und auch die ganzen Softwareprojekte, die jetzt irgendwie, die wir machen. Aber auch einfach mal unbezahlt in Urlaub oder mal Urlaub für mich und meine Familie. Und was damals halt auch passiert ist, also durch die Spenden, die ihr da gegeben habt, einfach ist es ein finanzieller Puffer entstanden. Also ich musste mir jetzt zum ersten Mal keine Sorgen mehr machen, dass der Kanal irgendwie ein paar schlechte Monate nicht überlebt. Und ja, eigentlich alles nur dank euch. Also ich kann hier wirklich immer nur wieder Danke sagen. Das war einfach der Hammer. Aber natürlich, und das ist das Problem, ist sowas halt eher eine einmalige Sache. Also das heißt, der finanzielle Support, der geht natürlich extrem runter. Und was auch total okay und normal ist. Also das ist jetzt auch nicht irgendwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Das Problem ist und bleibt am Ende aber, wie krass das alles schwankt. Und es ist unglaublich schwer, zumindest so wie ich das jetzt mache, mich selbst, ein Team und all die kostenlose Dinge, die ich ja ins Leben gerufen habe, zu finanzieren. Und ich zeige euch das, wie gesagt, gleich nochmal detailliert. Deswegen habe ich mich entschlossen, es in Zukunft mal mit gekennzeichneten Werbeclips im Video zu probieren. Ich hoffe, dass wir das alles irgendwie damit hinbekommen. Aber ich denke schon, denn die Einnahmen dadurch sind wesentlich höher und vor allem konstanter. Und wir werden natürlich nicht alles akzeptieren, also was sich thematisch irgendwie mit unseren Themen schneidet oder halt auch irgendwie uns nur am geringsten beeinflussen könnte. Das wird natürlich auf gar keinen Fall kommen. Zum Beispiel, ich kann es jetzt mal sagen, im nächsten Video oder sowas, da könnte dann sowas drin sein oder ist geplant so ein 60-Sekunden-Clip, der auch wirklich super klar als Werbung deklariert wird. Also das wird dann sehr klar sein. Wenn zum Beispiel über AMD kommen oder sowas, also den Prozessorhersteller, was ich jetzt, wo ich sagen würde, okay, das ist schon extrem neutral, das greift jetzt überhaupt nicht in unsere Arbeit ein. Und genau ein bis zwei solcher Clips im Monat werden vermutlich reichen, um alles bezahlt zu bekommen. Das weiß ich aber alles noch nicht. Das müssen wir dann einfach sehen, wenn es soweit läuft. Die vierte Entscheidung. Ich muss das Privatleben, also mein Privatleben von mir und meiner Familie quasi irgendwie besser abschirmen und brauche jemanden, der sich da darum kümmert, dass wir auch diese ein bis zwei Werbeclips dann auch bekommen beziehungsweise irgendwie Partner finden, mit denen es halt auch überhaupt passt, also was ja auch gar nicht so leicht ist. Also die müssen dann halt quasi einerseits Interesse an meinem Kanal haben, aber andererseits muss ich halt auch mit denen leben können, beziehungsweise wo ich keine Angst habe, dass jetzt irgendwie unsere Inhalte irgendwie beeinflusst werden oder so. Und die Suche und das ganze Aufgebaut von den Verträgen und so ist erstaunlich arbeitsintensiv. Also hierfür gibt es dann Dienstleister, die sowas machen und das nennt man dann quasi einfach ein Management. Die kümmern sich dann um Organisation, Werbung und schirmen nicht auch einfach so ein bisschen, meine Familie vor allem auch ein bisschen ab. Und das ist im Moment einfach wahnsinnig viel wert und das ist genau das, was mir im Moment viel helfen würde, glaube ich. Ich habe jetzt mit wahnsinnig vielen Agenturen gesprochen und hatte auch eigentlich echt viele Angebote. Mag jetzt ein bisschen überheblich klingen, aber ich konnte es mir am Ende eigentlich praktisch aussuchen. Ich habe mich jetzt am Ende für die Agentur Reach Out entschieden und klar, ihr fragt jetzt bestimmt, warum. Denn eigentlich sind die jetzt eher auf Twitch und Gaming spezialisiert. Ehrlich gesagt, ist mir das relativ egal, denn die waren mir jetzt persönlich mega sympathisch und vor allem super ehrlich und das von Anfang an. Auch mein Wunsch, dass wir maximal unabhängig bleiben wollen und dass mir keine Leute in meine Inhalte irgendwie reinreden und sowas. Das wurde von denen halt wirklich so mit am stärksten und am ehrlichsten respektiert oder auch verstanden einfach. Und ich hatte da den Eindruck, das passt. Aber auch die Konditionen waren relativ fair. Also zum Beispiel, was zum Beispiel krass war, es gab auch teilweise Agenturen, die dann 50 Prozent von Einnahmen haben wollten, die sie mir vermitteln, plus 20 Prozent von allen, was ich jetzt schon kriege. Und ich meinte dann auch nur, hey, also wir haben ja jetzt schon krasse finanzielle Probleme. Ich glaube, damit wird das nicht besser werden. Also das klingt ja total übel. Und zudem sollten dann meine Rechte am eigenen Kanal extrem eingeschränkt werden. Also am Ende habe ich mich dann gefühlt, als ich so Verträge gelesen habe, als wäre ich so ein Stück Vieh, was dann irgendwie verkauft wird. Und bei Reach Out, wie gesagt, da war es so ziemlich das genaue Gegenteil. Also die Entscheidung war da jetzt tatsächlich überhaupt nicht schwer. Das war eigentlich relativ schnell gemacht. Also da hatte ich jetzt keine großen Probleme, mich da zu entscheiden. Zudem könnte ich mir in Zukunft auch vorstellen, euch irgendwie mal so ein paar kostenfreie Webinare anzubieten. Dann versuche ich es auch irgendwie spendenbasiert zu machen oder vielleicht kriege ich da auch mit der Agentur irgendwas hin, dass wir da irgendwie ein paar blöde Werbeclips einbauen oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal, das gucken wir dann. Das könnte ich mal so Richtung Machine Learning vorstellen. Also halt auch wirklich hier in unserem PV-Bereich, euch einfach mal zu zeigen, was man damit machen kann, so ganz konkret. mit KI, Machine Learning und dem ganzen Scheiß. Dann seht ihr das mal selber und können auch selber einfach lernen und verstehen, was es bringt. Oder mal PV-Seminare für Anfänger. Einfach mal so, damit die Leute so viele Dinge wissen und sich auch nicht verarschen lassen können. Das ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Andere können doch locker davon leben. Du lügst doch und bereicherst dich, du Lauch. Ja, das hier sind einige Kommentare, die ich hin und wieder bekomme und die mich tatsächlich schon treffen, muss ich ehrlich sagen. Also doch, das haut schon rein, da ich mir echt Mühe gebe, eigentlich alles transparent und kostenlos für euch anzubieten. und zum Beispiel akkudoktor.net mit Forum und allen kostenlosen Tools, wohlgemerkt, auch locker hätte vermarkten können. Die sind auch werbefrei. Und ganz ehrlich, Leute, ich meine, ich habe einen Doktor und Ingenieurwissenschaften und ich habe auch schon was drauf und das weiß ich auch. Ich bin finanziell einfach 0,0 auf das hier angewiesen. Ich muss das nicht machen. Und ich will jetzt auch nicht angeben oder so, darum geht es mir nicht. Mir geht es nur darum, halt diesen ganzen Vorwürfen, ich da kriege ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Einfach nur, indem ich sage, ich müsste das nicht unbedingt machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre ich davon abhängig. Okay, sei es drum. Fangen wir mal mit den Einnahmen an. Also im Großen und Ganzen sind es bisher so drei verschiedene Teile an Einnahmequellen, die ich habe. Das Erste ist die YouTube-Werbung. Also das macht so circa 40 bis 50 Prozent unserer Einnahmen im Moment aus. Und die sind auch relativ konstant geblieben von einem aufs andere Jahr. Ja, dieses Jahr habe ich ein bisschen weniger Videos gemacht, deswegen ist das ein Ticken niedriger. Aber was man auch wissen muss, und das ist wichtig, die YouTube-Einnahmen schwanken extrem und zwar von Tag zu Tag. Also auf Jahresbasis gesehen geht es, aber auch von Tag zu Tag schwanken die halt krass und das macht es echt schwierig. Ihr seht hier zum Beispiel die Bandbreite meiner täglichen Einnahmen. Und ihr seht halt, dass da mal plus bis minus 50 Prozent innerhalb weniger Tage echt keine Seltenheit sind. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich quasi bei YouTube, der Werbeplatz bei mir wird irgendwie über Google AdSense versteigert. Und das, was dann dabei rauskommt, das bekomme ich dann anteilig irgendwie ab. Also irgendein Unternehmen sagt dann, ich hätte gerne Zielgruppe XY, das ist beim Andreas der Fall. Und das sagt Google AdSense, das kostet dann XY. Keine Ahnung genau, wie das funktioniert, aber so in etwa ist das. Das bedeutet halt, ich habe persönlich gar keinen Einfluss darauf und auch gar keine Ahnung, was da passiert. Also das wird dann alles automatisch gemacht. Ich sehe am Ende nur, so viel hat es dann am Ende gegeben. Und wie gesagt, es schwankt von Tag zu Tag echt krass und das macht es echt schwierig. Okay, zurück zur Übersicht. Das Zweite sind dann die Affiliate-Links. Also wenn ich in der Beschreibung mal ein paar Links zum Beispiel von Ebay, Amazon oder sowas dann rein stelle und ihr darüber was kauft, bekomme ich dann ein paar Prozente ab. Die Einnahmen machen aber bei mir wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil aus. Und der letzte Part, das sind quasi eure Spenden, wobei Spenden hier steuerrechtlich nicht der richtige Begriff ist, muss ich sagen, denn ich kann keine Spendenquittung ausstellen. Das ginge nur, wenn ich als gemeinnützig gemeldet wäre. Und das ist zum Beispiel bei Medienschaffenden wie jetzt bei mir irgendwie eigentlich ziemlich grenzwertig. Okay, aber wir sehen, dass 2023 ein mega geiles Jahr war, denn durch meinen Hilferuf gab es einfach wahnsinnig viel finanziellen Support von euch. Das Video war ja sogar Platz 2 in den YouTube-Charts und es war mir halt so möglich, zum ersten Mal über ein Team nachzudenken, denn es gab jetzt zum ersten Mal in meiner ganzen YouTube-Karriere einen wirklichen finanziellen Puffer. So, hier nochmal tausend Dank an euch, denn der Kanal wäre heute sonst dicht. Also wirklich. Und wir arbeiten hier nur, weil ihr es uns ermöglicht habt. Also ich kann das einfach nicht anders sagen. Und von den Spenden, die ihr mir dann gebt, da geht da natürlich noch ganz schön viel Steuern ab. Also einmal ist es dann die Umsatzsteuer und ich kann persönlich leider nicht sehr viel davon zurückbekommen, weil wir einfach keine hohen Ausgaben haben. Das heißt, ich bezahle die eigentlich fast zum Großteil dann komplett. Und dann von dem, was am Ende des Jahres dann quasi noch übrig bleibt, also der Puffer, den ich dann noch hätte, den ich mit ins nächste Jahr nehmen könnte, das zählt ja quasi als Gewinn in einem Unternehmen und darauf muss man dann 33 Prozent Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer bezahlen. Also insgesamt sind es bei mir ungefähr 33 Prozent. Also von fiktiven 10.000 Euro, die ihr mir spendet, bleiben dann so ganz knapp ungefähr 6.000 Euro nach Steuern übrig. Und die 33 Prozent Körperschafts- und Gewerbesteuer, die entfallen übrigens, wenn man eine gemeinnützige Firma anmeldet. Und zum Beispiel gibt es da aktuell einige Kollegen, zum Beispiel der Volksverpetzer, denen halt dieser gemeinnützige Status aberkannt wurde und so mehr Steuern anfallen. Das heißt, die müssen dann 33 Prozent mehr zahlen. So wie ich es verstanden habe, sogar irgendwie eine Rückzahlung oder so. Ich weiß aber auch nicht, wie da gerade der Status ist. Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt. Okay. Naturgemäß ging es aber nach dem Video halt dann total bergab mit dem finanziellen Support und das ist natürlich völlig normal und wie gesagt auch komplett okay. Mir geht es halt eher darum, euch zu zeigen, wie krass das alles schwankt und wie schwer es schon damit ist zu rechnen halt. Und immer im Hinterkopf behalten, dass ich theoretisch ja davon leben müsste, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde Vollzeit-YouTuber und dann halt wirklich meine Familie davon abhängig mache. Und durch die Werbeclips, die jetzt kommen werden, erwarte ich halt circa Einnahmen, die so auf dem Niveau der YouTube-Werbung liegen, je nachdem, wie oft das im Monat ist, dann halt auch deutlich mehr. Mal sehen, wie das halt alles so läuft und so, das weiß ich alles noch nicht. Aber viel wichtiger ist für mich, dass die konstanter sind und ich die besser planen kann. Ja, Ausgaben. Die Ausgaben sind ein bisschen schwieriger zu erklären, da sich diese in den letzten Monaten einfach durch das Team, was sich ja jetzt so aufgebaut hat und sowas natürlich, aber auch durch meinen unbezahlten Urlaub einfach unglaublich krass verändert haben. Ich versuch's aber mal. So, hier seht ihr jetzt die Bilanz 2023. Die Ausgaben waren jetzt circa die Hälfte der Einnahmen. Also ungefähr die Hälfte ging halt irgendwie raus. Und das, was dann noch übrig blieb, konnte ich dann als Rücklagen ins nächste Jahr mitnehmen. Und das hilft natürlich extrem, denn so konnten wir, wie gesagt, mal irgendwie ein bis zwei schlechte Monate überbrücken, ohne direkt Angst haben zu müssen, dass der Laden pleite geht. So, und woraus bestehen die Ausgaben? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das Erste ist einfach mein Gehalt. Der Kanal hat ja ein eigenes Konto und ist zu 100% von meinen privaten Finanzen getrennt. Also das hat wirklich nichts miteinander zu tun. So, und alles andere wäre in meiner Konstellation auch ultra fragwürdig. Und ich bekomme aber ein Gehalt von dem YouTube-Kanal sozusagen, also der dann ein eigenes Unternehmen darstellt. Und da ich in letzter Zeit mit meiner Arbeit als Wissenschaftler nur Teilzeit unterwegs war, um halt die Arbeit im YouTube-Kanal machen zu können, aber auch einfach, um mal irgendwie wieder runterzukommen, gleiche ich dann diese Gehaltslücke, also das, was mir dann durch den Wissenschaftlerjob durch den Wissenschaftlerjob fehlt mit dem YouTube-Gehalt ungefähr aus. Insgesamt bin ich ein bisschen mehr, also ich kriege ein bisschen mehr als nur als Wissenschaftler dann, also das heißt, ich habe da schon ein bisschen Vorteil von, dass ich jetzt YouTube mache. Ich hoffe, dafür muss ich mich jetzt nicht auch noch rechtfertigen. Und als Doktoringenieur will ich auch sagen, ich nage überhaupt nicht am Hungertuch oder so. Mir geht es einfach total super. Also ich kann mich da auch auf gar keinen Fall beklagen, will ich auch nicht. Aber ich glaube, von Bereichern kann hier wirklich nicht die Rede sein. Das halte ich echt für unfair. Ich finde auch, dass ich mir wirklich Mühe gebe, das alles transparent zu machen. Und ich glaube, bezogen auf die Zeit, die ich hier investiere, würde ich jetzt denken, dass mein Stundenlohn ziemlich kacke ist. Also ich habe es, ehrlich gesagt, noch nicht konkret berechnet, nur mal so überschlägig und das war echt nicht so toll. Also ist ja auch egal, ich mache es ja auch gerne halt, wie gesagt, aber alles hat seine Grenze. Ja, der nächste Punkt, Personal, klar. Also ich beschäftige aktuell einen Cutter, das ist der Manuel und laste den auch ziemlich gut aus. Also der hat viel zu tun mit den Videos, die ich hier mache. Die sind ja auch nicht so ganz einfach. Zusätzlich habe ich noch drei Recherchemitarbeiter und spreche aktuell noch mit zwei weiteren Kandidatinnen und jeder der Mitarbeiter ist extrem qualifiziert, hat einen mega wissenschaftlichen Background. Die meisten arbeiten sogar noch aktiv in der Wissenschaft, also eigentlich fast alle und machen das hier quasi nebenberuflich, einfach weil sie es auch gerne machen. Also das ist halt auch total schön. Also es ist einfach ein super, super geiles und motiviertes Team und die Leute haben einfach was drauf. Also die machen das halt täglich Wissenschaft und das finde ich merkt man halt auch. Ich glaube, das merkt man auch an den Videos. Dann haben wir noch den Server halt fürs Forum, fürs PV-Tool, für die Akku-KI, wobei mir hier ein Serverzentrum echt mega krass entgegengekommen ist und uns den Space, den wir da haben, also wirklich für einen extrem niedrigen Preis gibt, einfach um uns zu supporten. Also auch hier nochmal ein mega Dankeschön dafür. Der nächste Punkt sind dann Buchhaltung und Steuerberater. Also auch hier arbeiten die sehr günstig für mich und kommen mir oft entgegen, weil die auch cool finden, was wir hier machen. Aber das muss halt auch gemacht werden und natürlich können die auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Und wenn ich mir diesen ganzen Wahnsinn angucke, denn die, die da machen mit den Steuern, also dann haben die von mir aus jegliches Geld der Welt verdient. Also keine Ahnung, also das ist mir, also das ist schon echt harter Scheiß. Also junge, junge. Dann gibt es noch Lizenzen für Bild- und Videoverarbeitung, teils auch für die Recherchen. Natürlich müssen wir manchmal auch für Informationen Geld bezahlen. Das ist nicht alles umsonst. Also ich glaube, viele Leute haben eine total falsche Vorstellung, was alles hinter so einer Recherche steckt. Das ist teilweise echt krass, vor allem die, die wir machen. Das ist ja nicht, das sind ja echt tiefe Recherchen, wo man einfach lange braucht. Dafür müssen wir ganz, ganz viele Informationen durchwalken und so weiter. Das ist schon nicht so einfach. Das ist sicherlich was anderes, als jetzt irgendein kurzes Video, wo jemand mal irgendein Statement abgibt oder so. Das kann man, glaube ich, vom Aufwand her gar nicht vergleichen. Hardware für die Arbeit. Also hier stehen schon zwei Beleuchtungsdinger. Das kostet auch alles Geld. Natürlich braucht man das hier. Auch Werkzeuge für meine Experimente, die wir hier oft machen. Da kaufe ich ja auch oft Sachen und teste die dann oder so. Und auch für die ganzen Tests, ein Oszilloskop. Also das sind tausend Sachen, die ich da brauche. Die würde ich mir sonst nicht unbedingt holen. Also das ist dann wirklich jetzt nur für den Kanal auch. Auch das kostet Geld. Ja, dann kommen noch Abgaben. Also es sind zum Beispiel irgendwelche Sachen für die Mitarbeiter, also Künstlersozialkasse zum Beispiel, IHK-Beiträge, irgendwelche komischen Register und so weiter und so weiter. Also nachdem ich die Firma quasi gegründet habe, kamen gefühls ständig Leute an und wollten Geld und ich musste eigentlich andauernd nachprüfen, ob das überhaupt noch legal ist, irgendwie, was die da machen. Also einmal war tatsächlich ein Fake dabei. Das fand ich halt auch krass, aber haben wir Gott sei Dank entdeckt und der Rest war dann eigentlich ganz normal. Es ist nur einfach sehr unübersichtlich und mir wäre es dann manchmal auch lieber, wenn die einfach einmal im Monat einen Betrag abbuchen würden, dann wäre dann alles abgegolten. Ist auch egal, es ist jetzt off-topic, aber gut, auch das ist Geld. Also das sind halt alles Ausgaben, die da sind. Und natürlich sind die Gehälter der größte Part, das ist klar, aber ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen transparenter für euch irgendwie erklären konnte, was eigentlich alles hinter dem Kanal steckt, auch finanziell insbesondere, weil das ist schon mehr als viele denken und dass das hier, was wir hier machen, kein einfaches Hobby mehr ist, aber dass es halt auch sehr, sehr schwer ist, mit diesen extrem schwankenden Einnahmen zu rechnen oder gar davon zu leben. Das muss man sich auch trauen und ich glaube jetzt in meinem Fall mit zwei Kindern und einem Haus, was wir gekauft haben, ist mir das echt zu riskant. Warum nicht Funk? Die Frage kriege ich echt oft, also das ist wirklich erstaunlich und ich war sogar bei Funk, wir haben die in Mainz besucht und ich habe mich mit Christian Scharun auf ein Format beworben und es lief, sagen wir mal, schwierig in vielerlei Hinsicht. Ich denke aber auch, dass ich diese Erfahrung mit euch bald teilen werde, also ich werde ein Video darüber machen und es einfach nochmal erzählen, insbesondere, weil aktuell ja auch sehr, sehr viel Kritik in Richtung Funk geht und auch insbesondere auf einzelne Formate wie zum Beispiel STRG F und ich denke, dass ich hier nochmal eine andere Perspektive reinbringen kann und vor allem viele eigene Erfahrungen einbringen kann, denn wir haben jetzt doch recht viel Kontakt mit denen gehabt und ich glaube, da können wir doch einiges erzählen, was vielleicht auch interessant ist. Ich muss aber auch direkt eingestehen, dass viele der Kritikpunkte, die ich jetzt hier gehört habe, also von anderen YouTubern, tatsächlich selber erlebt habe. Also da war ich jetzt auch echt überrascht und musste sagen, doch, vieles stimmt sogar und für mich kommt eine Zusammenarbeit mit Funk aktuell eigentlich gar nicht mehr infrage. Ja, inhaltlich mit irgendwelchen Kanälen, je nachdem schon, aber jetzt, also da zu arbeiten könnte ich mir jetzt so, wie ich das da erlebt habe, gar nicht vorstellen. Dennoch halte ich Funk immer noch für ein sehr, sehr wichtiges Netzwerk oder sagen wir mal, ich finde generell sollten die öffentlich-rechtlichen jüngere Zielgruppen viel stärker adressieren, vor allem mit wissenschaftlichen Formaten, die sie aber auch ansprechen und nicht nur gewisse Bubbles und Zielgruppen adressieren. Das finde ich tatsächlich sehr problematisch und ich denke, da müssten ich vielleicht sich nochmal selber irgendwie ein bisschen eine Feedback-Schleife machen, nochmal überlegen, ob das eine gute Idee ist, sich so stark auf so gewisse Zielgruppen zu fokussieren. Das finde ich manchmal was Schade, muss ich zugeben. Ganz besonders in der heutigen Zeit wäre das essentiell und ich hoffe, mit meinem kommenden Video eine konstruktive Änderung bewirken zu können. Also seid gespannt, wir werden uns hier auch ein bisschen Zeit lassen, denn so ein kritisches Video muss unbedingt gut gemacht sein, da ist nicht unser Ziel, es hier Schaden anzurichten, ganz im Gegenteil. Ja, eine Frage, die oft kommt, ist, warum machst du denn nicht einfach weniger? Und ich glaube, hier müsst ihr einfach mal so kapieren, dass das hier jetzt nicht mehr so ein normales Hobby ist oder so, was ich mal einfach so nebenbei mache. Das hat ja jetzt, glaube ich, auch gezeigt, das ist eine kleine Firma, die ich da leiten muss und die ist halt auch Spenden und Werbung irgendwie basierend und es gibt jede Menge Fixkosten, die einfach da sind und die kann man nicht auch mal eben so abschneiden oder so, das ist ein bisschen schwierig und unser Polster ist nicht so mega groß, sodass wir irgendwie krasse Videoausfälle nicht einfach so abdämpfen können, also es haut dann halt schon rein und diese Zeiten, wo das so entspannt war wie damals, die sind halt leider echt vorbei, also ich sehe es jetzt eher positiv, weil es auch eine Chance ist und das muss man ja erstmal schaffen, so weit zu kommen, aber das geht einfach nicht mehr so leicht und deswegen ist das alles nicht ganz so einfach, zudem muss ich auch ehrlich gegenüber mir selbst sein und vom Menschenschlag bin ich dann noch eher so ein Binärer, das heißt, ich kann glaube ich auch nicht so was Halbherziges machen, das fällt mir einfach schwer. Okay, das heißt, es geht jetzt erstmal weiter und ja, ich hoffe, dass es klappt, wie gesagt, ich kann das aber auch nicht versprechen, es ist jetzt für mich auch eine Art Versuchsballon und wenn das funktioniert und ich so merke, ich komme mit meiner Familie gut klar und wir kommen jetzt auch insgesamt von der Abschirmung her wird das ein bisschen besser und so, dann kann ich mir das weiter vorstellen, aber es ist jetzt wie gesagt ein Testballon, hauptsächlich wegen meinem Team, weil ich es einfach total gerne habe und denen eine Chance geben möchte, aber auch wegen euch, weil ihr einfach eine mega geile Community seid. Ja, wenn es jetzt klappt, dann wäre es super geil, ich würde mich total freuen. Falls es nicht klappt, dann soll es halt nicht gewesen sein, ist ja auch nicht schlimm, ich finde, wir haben auch echt viel Cooles gelernt, wir haben viel erreicht und so und dann ist es halt auch so und manchmal ist es auch okay, so Dinge loszulassen und einfach das, was man erreicht hat, auch positiv zu sehen und dann zu beenden, ist ja auch nicht alles immer so schlimm. Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.